Konnichiwa Moin Leute, heute geht es um ein Getränk, das alle mögen anscheinend und ja, es kommt von einem YouTube-Star, ähm, könnt ihr schon im Titel lesen bestimmt, und Gunnergy. Ich habe heute, weil ich Bock drauf habe, mir zwei Dosen Gunnergy gekauft. Einmal, also das sind die Flaschen hier, das ist Gunnergy, einmal die gelbe hier ist, äh, Tropical Exotic, oh, das hört sich ganz cool an, also lecker auch an. Ja, so, finde ich jetzt egal, Montana, Black, äh, Monte, falls du dieses Video sehen solltest, es wird lecker schmecken. So, das zweite ist Blaubeer und Kokosnuss. Da, weiß ich nicht, Blaubeer und Kokosnuss gemischt. Mal gucken, wer es mag. So, ich teste jetzt erst mal die blaue, die hier. Oha. So, erst mal riechen, dann schmecken. Boah, Junge. Also, ich, ich mag ja generell Süßes, aber das hier ist ja richtig süß, Leute. Das ist geil. Gunnergy, Blaubeeren, Kokosnuss. Ey, Montana, also Monte, du hast was richtig Leckeres rausgebracht, falls du das sehen solltest. Boah, das ist richtig geil. Das hier ist mein Favorite. Hier steht nochmal, ne? Blaubeere, Kokosnuss. Ey, ich bin schon sehr verliebt. Richtig geil. Boah, das ist geil. Das ist echt richtig lecker. Mein Favorite bis jetzt. Jetzt, Leute, kommt die gelbe Dose dran. Mal gucken, wie die schmeckt. Wie da, erst riechen und dann schmecken, ne? Weil, ist so. Boah, das riecht auch so richtig süß. Wenn ich das als Deo, oder als, verfügbar hätte. Geisteskrank. Montana, geil. Läuft, ey. Mit mir. Ja, das ist jetzt so, das hier ist ja dieses Tropical Exotic. Hier, Tropical Exotic. Das finde ich so, das ist ein bisschen zu, weiß ich nicht, zu, also Montana, beide sind lecker, ne? Beide Flaschen. Also beide Sorten, meinte ich. Aber, also die blaue ist am geilsten, finde ich, bis jetzt. Die gelbe ist so, ich werde es mal probieren. Also, ich finde die gelbe auch lecker, Montana. Oder, Leute, ihr draußen da, wenn ihr mal probieren wollt. Hashtag Werbung. Ja, mag ich jetzt nicht so gerne, aber, du, wer es mag. Ich, was meine Meinung ist, die blaue ist lecker, die gelbe auch, also beide sind lecker. Aber die blaue ist mir, finde ich, ein bisschen geiler. Ja, auf jeden Fall ist die am leckersten, finde ich, von Gynergy. Ja, ich wollte jetzt sagen, da ich jetzt ein bisschen zocke, mit mir Kakao auftrinken werde. Äh, ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert, Leute, abonniert ganz gerne. Und dann, anders gesagt, Leute, lasst ein Like und Abo da für Montana Black. Für diese coole Aktion. Äh, ja, bis dann, macht's gut. Ciao.